Herzlich Willkommen zur Astlepios Gesundheitssendung. Operieren ist Präzisionsarbeit. Je genauer die Instrumente geführt werden, desto schneller sind sie als Patient wieder auf dem Damm. Das gilt auch in der Urologie. Deshalb setzen Operateure immer häufiger einen Roboter ein. Das sogenannte Da Vinci-System ist eines der modernsten Operationssysteme der Welt. Bei mir ist Dr. Christopher Netsch. Er ist Oberarzt der Abteilung für Urologie an der Astlepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Dr. Netsch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bitte sagen Sie mir erst einmal, für welche Krankheitsbilder kommt Da Vinci bei Ihnen in Frage? Also mit dem Da Vinci-Roboter-System kann man im Prinzip alle sogenannten traditionellen Operationen, Schnittoperationen, die wir in der Urologie durchführen, ersetzen. Also sprich das Prostatakarzinom, den Prostatakrebs, den Blasenkrebs, Harnleiteroperationen, Nierenoperationen sind im Prinzip alle mit dem Da Vinci-System möglich und lassen sich im Prinzip die offene oder die laparoskopische lassen sich mit dem System ersetzen. Ja, also vielleicht nochmal so zur Unterscheidung. Also die offene ist, man macht einen ordentlichen Schnitt und sieht hinein. Die laparoskopische ist durch Schnitte in der Haut. Genau, da werden kleine Schnitte in der Haut gemacht und dann werden Instrumente eingeführt und darüber dann die entsprechenden Organe präpariert, entfernt oder dann eben rekonstruiert. Und mit dem Da Vinci-System ist es im Prinzip eine Weiterentwicklung der Laparaskopie. Auch da werden Instrumente über kleine Schnitte eben in den Körper eingebracht, aber die Steuerung erfolgt dann quasi über ein Computersystem, was die ganze Sache natürlich, die ganze Operation genauer macht, also zitterungsfrei macht und dadurch ist man im Endeffekt präziser beim Operieren. Damit wir uns das nochmal vorstellen können. Also ich glaube, das ist so ein System, das hat glaube ich drei Arme und einen vierten… Das hat im Prinzip, das sind vier Arme. Das ist eigentlich ein sogenanntes Master-Slave-System. Der Begriff Roboter ist ja im Prinzip falsch, weil dieses System führt nur das aus, was ich dem Roboter befehle. Also er setzt meine Handbewegungen, die ich an der Konsole durchführe, setzt dann der Computer in die Bewegung um. Das heißt, der macht nur das, was ich tue, nicht mehr und nicht weniger. Also Sie programmieren ihn nicht und dann läuft ein Programm ab und alle schreien Halt und er lässt ihn nicht stoppen. Also das ist überhaupt nicht das Ding, sondern… Genau, er macht nur das, was ich tue. Das heißt, er übersetzt Sie sozusagen. Genau, das ist wie so ein Storchenschnabel, wenn man so will, wenn Sie das vielleicht noch kennen aus der Kindheit. Genau das tut auf einem höheren Niveau natürlich, auf einem erheblich höheren Niveau eben der Da Vinci-Roboter. Wobei ja der Unterschied ist, ich sage mal so zwischen Ihren Händen, die Handgelenke sind ja nicht so beweglich, glaube ich, wie der Da Vinci an seinen Handgelenken beweglich ist. Genau. Das heißt also, wenn Sie sagen, Sie sind präziser, heißt das, Sie können dann in Ecken reinkommen, in die man sonst nicht gekommen wäre früher? Schon, man kommt also in diese Ecken eben rein, vor allen Dingen halt leichter rein. Also man kommt mit der traditionellen Operation, beispielsweise beim Prostatakrebs, kann man genauso gut operieren, aber man muss halt eine deutlich höhere Expertise haben. Man muss sich andere Maßnahmen zur Hilfe machen, man muss dann einen zweiten Assistenten am Tisch haben, der möglicherweise dann am Organ so zieht, dass man genau in die Ecke reinkommt. Und das ist einfach viel atraumatischer, also viel auch einfacher dann für den Operateur eben in die kleinsten Ecken halt eben reinzukommen. Und das ist bei der traditionellen Operation, wird halt viel, viel mehr Erfahrung und Expertise dann noch verlangt. Und da hilft einem der Da Vinci halt ungemein. Ja, ich glaube, Sie sehen auch viel mehr, oder? Ja, durch die Vergrößerung sehe ich natürlich viel mehr. Ja, gerade beim Prostatakrebs ist es, ist der Nerverhalt und also der Potenserhalt, also der Erhalt der Erektionsfähigkeit den Patienten ja sehr wichtig. Und das ist mit dem Roboter eben deutlich leichter, eben das zu erhalten als mit der offenen Operation. Ja, genau. Bei der Prostata, da ist ja immer das Thema, was wird aus der Kontinenz, was wird aus der Erektion. Genau. Genau. Wo sind da die Verbesserungen im Vergleich? Also man sieht halt genauer, man sieht halt genauer eben durch die Vergrößerung, die die Schichten, diese Nerven, die auf der Prostat erlaufen, kann man halt durch die Achtfachvergrößerung halt deutlich besser sehen. Und die Kontinenz, der Kontinenzerhalt geht im Prinzip einher mit dem Erhalt der Erektionsfähigkeit, wenn man eben weiß, aus vielen Studien weiß, dass die Erektionsnerven auch eine Rolle spielen bei der Kontinenz. Sodass man natürlich, je besser man die Nerven erhalten kann, man auch damit rechnen kann, dass die Kontinenz eben deutlich höher ist. Ja. Wozu denn dann noch eine Operation meinetwegen laparoskopisch? Oder wenden Sie nur noch Da Vinci an? Also wir haben uns dafür entschieden, die Operationen, die möglich sind, halt mit dem Da Vinci-System durchzuführen. Und wo es natürlich der pragmatische Ansatz, wo es halt Sinn macht, es macht keinen Sinn bei Patienten, die x-fach am Bauch voroperiert sind, die zu versuchen, mit dem Da Vinci-Roboter zu operieren, weil man sehr viel Zeit bei diesen Patienten eben dann dafür aufbringen muss, um Verwachsungen zu lösen. Und das ist dann über die traditionelle Art, also über eine offene Schnittoperation eben leichter, sage ich mal. Aber ein kleiner Teil der Patienten macht das nur aus. Und wir haben jetzt über die Prostata selber geredet beim Prostata-Krebs, aber da müssen ja, glaube ich, auch noch andere Dinge raus. Es geht noch um Lymphknoten vielleicht auch. Spielt da der Vinci eine Rolle? Genau, also beim Prostata-Krebs wird die Prostata mitsamt der Samenblasen entfernt und danach die Harnglase wieder an die Harnröhre genäht. Und anschließend oder davor, je nachdem, in welcher Reihenfolge man das eben durchführt, werden die regionären Lymphknoten, also die Lymphknoten, die von der Prostata versorgt werden, werden halt eben entfernt und das wird dann eben auch mit dem Roboter durchgeführt. Woran merkt der Patient, dass er mit so einem präziseren Arbeitsmittel zu tun hatte? Also wir haben das jetzt noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber gefühlt ist es tatsächlich so, ist unser Eindruck, dass die Patienten deutlich weniger Schmerzmittel brauchen, was sicherlich daran liegt, dass man weniger Bewegungen macht bei der Operation. Man muss sich ja vorstellen, man hat kleine Öffnungen im Körper und über diese kleinen Öffnungen werden Geräte bewegt. Und wenn man traditionell laparaskopiert, werden die viel mehr durch den Operateur, allein durch das Zittern des Operateurs bewegt und durch das Zittern des Assistenten als bei dem Da Vinci, weil die Arme mehr oder weniger fixiert sind. Die Richtung, in der man operiert, ist vorgegeben. Und die freie Bewegung in der Bauchdecke von den Trokaren, also diesen Geräten, mit denen man zu den Organen, auf die Organe zuoperiert, ist viel geringer. Und wir denken, dass das ein Grund ist, warum die Patienten deutlich geringeren Schmerzmittelverbrauch haben. In der Regel gehen Patienten bei uns nach zwei bis drei Tagen nach Hause, nach großen Operationen, wenn die Patienten eben nach fünf oder sieben Tagen nach Hause gehen. Also ja, und wahrscheinlich auch weniger Blutverlust, oder? Genau. Also weniger Blutverlust, auch das ist was natürlich durch die Schnittoperationen, das ist halt, ist bei einer großen Schnittoperationen einfach eigen. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich einen großen Bauchschnitt habe, verliere ich natürlich, ob ich, da kann ich machen, was ich will, allein durch den großen Zugang beim Eröffnen des Bauches verliere ich ja schon Blut, was mir einfach durch diese kleinen Zugänge eben erspart bleibt. Ja, und Sie haben ja auch schon angedeutet, Sie sind frischer. Und bei einer langen OP ist das ja auch schön zu wissen, als Patient, der man da so schlummert, dass der Operateur auch am Ende noch frisch ist, oder? Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Also es macht, auch das macht einen Unterschied. Das merkt gerade der Operateur, der, wenn man viel vorher labraskopiert hat, man ist nach der Operation nicht so verspannt. Man kann auch während der Operation abtreten. Der macht nichts, dieser Roboter macht ja nichts. Wenn man das Gerät nicht aktiv bewegt, macht es nichts. Das heißt, man kann die Finger von den Instrumenten nehmen und sich einfach mal für eine Sekunde entspannen. Und das ist schon ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Operationsmethoden, wo man dann doch manchmal in verkrampfteren Positionen steht, um an schwierigen Stellen weiter zu operieren. Und das sehen wir halt auch als Hauptvorteil dieses Systems. Aber es hat sicherlich auch irgendwo seine Grenzen. Also Sie sagten ja vorhin schon, Verwachsungen lieber nicht. Gibt es bestimmte Krankheitsbilder, die Sie dann doch nicht mit dem Da Vinci machen würden? Also wo es halt wieder der pragmatische Ansatz, wo es halt wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dass wenn ein Patient einen Nierentumor hat, der 25 Zentimeter groß ist, da macht es natürlich keinen Sinn, mit kleinen Zugängen zu versuchen, diese Niere zu entfernen. Das macht halt keinen Sinn. Da würde man wieder zur traditionellen Methode greifen und einen größeren Schnitt nehmen, weil dieses Organ muss ja irgendwie geborgen werden. Und das wäre dann einfach eine akademische Fingerübung. Aber würde dem Patienten ja nicht helfen, in dem Fall, wenn man das versuchen würde, mit dem Da Vinci zu operieren. Aber tatsächlich ist es so, dass man doch die Grenzen dessen, was man mit dem System operieren kann, immer weiter verschiebt. Früher hat man ja auch gedacht, dass man den Blasenkrebs, also die komplette Entfernung der Harnblase und der Prostata beim Blasenkrebs eben nicht mit dem Da Vinci operieren kann. Aber auch das wird mittlerer Leer durchgeführt und sicher durchgeführt. Ist das so der Weg? Also immer mehr hin zu zumindest mal roboterunterstützter Operationen? Ich denke, das wird der Trend sein. Der wird sich auch nicht aufhalten lassen. Aber wo der Zug hinfährt, denke, das werden die die nächsten 20 Jahre zeigen. Ich denke, dass die Computerunterstützung nochmal zunehmen wird, insbesondere das bildgestützte Operieren, dass wir eine Fusion während der Operation haben von computertomografischen Bildern, Kernspinnenbildern und dem Bild, was ich bei dem Da Vinci in 3D auf dem kleinen Monitor sehe. Ich denke, da wird der Trend hingehen, dass man während der Operation sieht oder man eine Verschmelzung hat, dass man wirklich diese virtuelle Realität, Augmented Reality, dass man die während dem Operieren dann halt wirklich hat und noch präziser operieren kann und das Gewebstrauma so gering wie möglich zu halten. Genau. Bin jetzt aber dennoch ein Patient sagen würde, nein, also ich habe Angst davor, mir ist das suspekt. Kann er dann sagen, Da Vinci nein? Auf jeden Fall. Also dann kann man das natürlich immer noch konventionell operieren. Ist überhaupt kein Problem. Kann man machen. Das heißt, Sie würden Ihrem Patienten dann schon empfehlen, nimm Da Vinci? Ja, am Anfang steht natürlich die Beratung, steht natürlich immer die individuelle Konstellation des Patienten. Nimmt der Patient blutverdünnende Medikamente? Wie oft wurde der Patient operiert? Waren da schon mal Allgemeinchirurgen an dem Bauch dran? Wurde an dem Organ, was wir operieren wollen, schon mehrfach operiert? Und wenn man dann alles zusammennimmt, wird dann klar, man kann das machen. Es macht Sinn oder es macht eben keinen Sinn. Und das muss man dann, finde ich, individuell mit dem Patienten halt immer besprechen. Man sollte halt nie versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und sagen, wir machen das jetzt so oder so, sondern das ist halt natürlich immer eine individuelle Beratung mit dem Patienten nach der bestmöglichen Behandlungsmethode. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund. Und wir sehen uns wieder auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook.